Wir spielen jetzt schon eine Weile zusammen. Ich habe mich gefragt, sind wir Freunde? Sind wir Freunde? Ja? Nein? Was? Ja, komm. Ja, genau. Warum sollte ein Mensch nicht mit einer Maschine befreundet sein? Ich meine, ihr Jahr freut mich. Oh, du bist so süß, Chloe. Och, ist die putzig. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich bin gespannt, was als nächstes passiert. Denken Sie daran, Sie bestimmen das Schicksal Ihrer Charaktere. Alle können sterben. Also, seien Sie vorsichtig. Schön, mache mir Mut. Danke. Danke. Jetzt bin ich richtig motiviert. Ich habe ja nicht schon Schiss genug, dass die mir hier alle krepieren. Das ist echt sehr hilfreich. Danke, Chloe. Vielen, vielen Dank. Was? Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren wollen? Äh. Vielleicht... Vielleicht sollten wir besser nichts verändern. Was? Ich habe mich schon lange genug drum gedrückt, da hier irgendwie weiterzumachen. Jetzt traue ich mich endlich. Die macht mich fertig. Ja, ich will fortfahren. Wie Sie möchten. Ja. Oh mein Gott, ich kriege ich Panik, ey. Die macht mich kaputt. Die macht mich allgens. Hold on. Just a little while longer. Hold on. Just a little while longer. Hold on. Just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Just a little while. u